Ich lerne Deutsch. Hier lernst du, wie man Fragen stellt. Hast du eine Idee, welche Filme im Kino laufen? Ich würde gerne am Freitag ins Kino gehen. Hast du eine Idee, welche Filme im Kino laufen? Ich würde gerne am Freitag ins Kino gehen. Weißt du, ob der Supermarkt sonntags geöffnet hat? Ich möchte morgen frisches Obst kaufen. Weißt du, ob der Supermarkt sonntags geöffnet hat? Ich möchte morgen frisches Obst kaufen. Weißt du, ob der Supermarkt sonntags geöffnet hat? Ich möchte morgen frisches Obst kaufen. Kannst du mir sagen, wann ich meinen nächsten Arzttermin habe? Ich darf den Termin auf keinen Fall verpassen. Weißt du, wann die nächste Teamsitzung stattfindet? Ich möchte alle wichtigen Punkte vorher vorbereiten. Weißt du, wann die nächste Teamsitzung stattfindet? Ich möchte alle wichtigen Punkte vorher vorbereiten. Weißt du, wann die nächste Teamsitzung stattfindet? Ich möchte alle wichtigen Punkte vorher vorbereiten. Kannst du mir sagen, wann ich die Pflanzen am besten gießen soll? Ich möchte sie so früh wie möglich mit Wasser versorgen. Kannst du mir sagen, wann ich die Pflanzen am besten gießen soll? Ich möchte sie so früh wie möglich mit Wasser versorgen. Kannst du mir sagen, wann ich die Pflanzen am besten gießen soll? Ich möchte sie so früh wie möglich mit Wasser versorgen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like.